Energie, Wirtschaft und Gartes-Bahntickets für junge Leute. Das soll den deutsch-französischen Motor am Laufen halten. Auch am 60. Jahrestag des Elysée-Vertrags. Panzerfrage überschattet deutsch-französische Gespräche. Polen und Litauen verlieren die Geduld. Dramatisches Ende einer Großfahndung in Los Angeles. Todesschütze von Monterey Park richtet sich selbst vor dem Zugriff der Polizei. Keine Papiere, kein Vertrag. Schwarzarbeit auf Baustellen für Olympia 2024 sorgt in Paris für Verlegenheit. Nach erheblichen Spannungen in den letzten Monaten haben Deutschland und Frankreich am 60. Jahrestag des Elysée-Vertrags die Bedeutung ihrer Freundschaft für die Zukunft Europas beschworen. Macron betonte beim Festakt, Deutschland und Frankreich seien für ihn wie zwei Seelen in einer Brust. Scholz dankte den französischen Brüdern und Schwestern auf Französisch für ihre Freundschaft. Bei der anschließenden gemeinsamen Ministerratssitzung waren beide Seiten bemüht, Übereinstimmungen aufzuzeigen. Zu Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine gab es keine Neuigkeiten. Dafür sollen die europäischen militärischen Fähigkeiten ausgebaut werden. Im Bereich Energie soll die zwischen Spanien und Marseille geplante Wasserstoffpipeline nach Deutschland verlängert werden, das Stromnetz innerhalb der EU gestärkt und der klimafreundliche Umbau der Wirtschaft vorangetrieben werden. Und für junge Leute wird es 60.000 Gratis-Bahntickets zur Erkundung des jeweiligen Nachbarlandes geben. Das alles soll den deutsch-französischen Motor am Laufen halten. Einer, der die deutsch-französische Freundschaft aus eigener, auch persönlicher Erfahrung kennt, ist der SPD-Politiker und ehemalige Präsident des EU-Parlaments Martin Schulz. Dass er französisch fließend spricht, hat auch damit zu tun, dass er in früher Jugend das Nachbarland besuchen konnte. Ich gehöre zu der Generation, die am meisten davon profitiert hat. Ich bin 1971 und 73 im Schüleraustausch nach Bordeaux gefahren, die Stadt, in der die Armee, der mein Vater als Soldat angehörte, extrem schlimme Dinge getan hat. Und trotzdem wurde ich in der Familie als junger Deutscher aufgenommen. Und das war eine direkte Folge des Élysée-Vertrags. Der Ukraine-Krieg stellt die Achse Paris-Berlin auf den Prüfstand. Kann sich Europa ein Auseinanderbrechen leisten? Niemals. Das wäre mit Sicherheit das Ende der Europäischen Union. Das deutsch-französische Verhältnis ist nachhaltig und es ist ein stabiler Pfeiler der europäischen Integration. Der Krieg in der Ukraine überschattet auch am 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags die deutsch-französischen Konsultationen. Bundeskanzler Scholz, wegen seiner Zögerlichkeit bei der Lieferung von Panzern in der Kritik, betonte die Notwendigkeit einer gemeinsamen Linie. Und wir werden die Ukraine weiter unterstützen. So lange und so umfassend wie nötig. Gemeinsam als Europäer zur Verteidigung unseres europäischen Friedensprojekts. Auch Frankreichs Präsident Macron plädierte für ein abgestimmtes Vorgehen, schloss die Lieferung von Kampfpanzern in den nächsten Wochen aber nicht aus. Angesichts der Unentschlossenheit verlieren andere Bündnispartner wie Litauen die Geduld. Präsident Gitanas Nausida bedauerte, ohne Deutschland beim Namen zu nennen, die offensichtliche Zurückhaltung des Westens um Russland nicht zu provozieren. Es ist unmoralisch, weil jeder Tag, der vergeht, einen hohen Preis verlangt und die Ukraine das Allerwertvollste kostet, nämlich Menschenleben. Aus Polen kam die Ansage notfalls auch ohne Zustimmung Deutschlands, Leopardpanzer an die Ukraine zu liefern. Derweil spitzt sich in Berlin der Streit immer weiter zu. Koalitionspolitiker von den Grünen und der FDP drängen auf eine rasche Entscheidung. Nach der Verbrennung einer Koranausgabe durch einen bekannten Rechtsextremisten in Schweden sind in Istanbul aufgebrachte Menschen auf die Straße gegangen. Rasmus Paludan, Chef der rechtsextremen dänischen Partei Harte Linie, der auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, hatte eine Koranausgabe vor der türkischen Botschaft in Stockholm angezündet. In Istanbul wiederum verbrannten demonstrierende Fotos von Paludan. Wir akzeptieren dies in keiner Weise als legitim oder legal. Ein solcher Angriff auf die Heiligkeit eines jeden Glaubens ist eine direkte Provokation und indem Schweden diese Provokation duldet, hat sich die Regierung offen an Paludans Verbrechen beteiligt, so der Vorsitzende der nichtstaatlichen türkischen Esgürder-Stiftung in Istanbul. Der schwedische Außenminister sprach von entsetzlichen islamfeindlichen Provokationen und hat sich auch im Namen der Regierung davon distanziert. Dabei verwies er auch auf die weitgehende Meinungsfreiheit in Schweden. Die Jagd nach dem Todesschützen von Monterey Park in Los Angeles County ist beendet. 45 Kilometer südwestlich des Tatortes richtete sich der mutmaßliche Täter in seinem Lieferwagen mit einer Schusswaffe, nachdem Polizeikräfte das Fahrzeug umstellt hatten. Rund zwölf Stunden zuvor hatte der Mann asiatischer Abstammung ein Tanzlokal in Monterey Park gestürmt und um sich geschossen. Zehn Menschen wurden getötet, weitere zehn verletzt. Um 12.52 Uhr näherte sich unser Sondereinsatzteam dem Lieferwagen und stellte fest, dass der Verdächtige eine selbst zugefügte Schusswunde erlitten hatte. Er wurde noch am Tatort für tot erklärt. Bei der Durchsuchung des Wagens wurden mehrere Beweisstücke gefunden, die den Verdächtigen mit beiden Orten in Monterey Park und Alhambra in Verbindung bringen. Außerdem wurde eine Handfeuerwaffe in dem Wagen gefunden. In dem Tanzlokal in Monterey Park hatten sich zahlreiche Menschen versammelt, um das chinesische Neugasfest zu feiern. Das Motiv des mutmaßlichen Todesschützen ist nicht bekannt. 20 Minuten nach der Tat betrat der 72-Jährige ein Lokal in Alhambra, einem Nachbarort von Monterey Park. Dort konnten ihn Gäste entwaffnen und der Mann flüchtete in Richtung Torrance. In anderthalb Jahren wird Paris die Olympischen Sommerspiele ausrichten. Damit auch alles rechtzeitig fertig ist, werden auf rund 40 Baustellen im Eiltempo die Sportstätten aus der Erde gestampft. Dabei, das haben Kontrollen ergeben, werden auch Arbeitskräfte ohne gültige Papiere eingesetzt. Musa stammt aus Mali und ist einer von ihnen. Er sagt, er hat auf der Baustelle für das olympische Dorf geschuftet, unter prekären Bedingungen und ohne Arbeitsvertrag. Hinter all diesen schönen Stadien steckt eine andere Wirklichkeit. Sie werden auf dem Rücken der armen Leute gebaut. Es gibt Baustellen, auf denen ich bis 20 Uhr arbeiten musste. Wenn du dich weigerst, da pressen sie dich und sagen, entweder du bleibst länger oder du packst deine Sachen. Gei stammt ebenfalls aus Mali. Auch er hat keine Papiere. Er sagt, er wurde illegal auf der Baustelle des künftigen Wassersportzentrums beschäftigt. Wusstet ihr Chef, dass sie ohne Papiere arbeiten? Ja, natürlich. Auch er prangert die schlechte Behandlung durch seine Arbeitgeber und die unbezahlten Überstunden an. Zum Beispiel arbeitet man zwei Monate und der Chef zahlt nur für einen. Aber ich muss das akzeptieren, weil er meine Situation kennt. Ich kenne sie auch. Seit der Enthüllung illegal beschäftigter Bauarbeiter schaut die Arbeitsaufsichtsbehörde genauer hin und hat ihre Kontrollen verschärft. Zudem wurde eine Untersuchung wegen Schwarzarbeit und Beschäftigung von Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung in organisierter Form eingeleitet. Die für die Olympia-Baustellen verantwortliche Projektgesellschaft Solideo behauptet, das Problem sei erkannt und die nötigen Maßnahmen ergriffen worden. Wir haben die Situation analysiert und wenn es fehlbare Unternehmen gab, dann wurden sie sofort von der Baustelle verwiesen. Wir haben aber auch unsere eigene Arbeitsweise hinterfragt und beschlossen, die Maßnahmen zur Verhinderung von Schwarzarbeit zu verstärken. Die illegalen Arbeitskräfte auf Frankreichs Prestige-Baustelle sorgen für Verlegenheit, auch mit Blick auf die Negativschlagzeilen über Ausbeutung und Schwarzarbeit rund um die jüngste Fußball-WM in Katar. Eigentlich hatten die Organisatoren von Paris 2024 beispielhafte Spiele versprochen, einfacher gesagt als getan. In Istanbul ist die nach türkischen Angaben schnellste U-Bahn-Linie Europas eingeweiht worden. Sie verbindet die Metropole mit dem internationalen Flughafen, der war vor rund drei Jahren eröffnet worden. Den Behörden zufolge erreichen die Züge eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometern. Täglich sollen bis zu 80.000 Reisende befördert werden, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, einlässlich der Eröffnung. Die Strecke ist rund 34 Kilometer lang. Der Flughafen galt als Prestige-Objekt Erdogans. Bislang war er von Istanbul aus lediglich per Bus, Privatwagen oder Taxi zu erreichen. Vom Zentrum soll die Fahrt zum Flughafen mit Umstiegen rund 40 Minuten dauern. Der Online-Dienst Google Maps berechnete die Gesamtfahrzeit vom Taxi im Platz, zunächst allerdings mit mehr als einer Stunde. Zu den Gesamtkosten der U-Bahn-Linie gab es zunächst keine Angaben. Tausende von Menschen haben sich in Amsterdam versammelt, um eine Blume zu feiern, die Tulpe. Tulpenzüchter legten einen farbenfrohen Garten aus 200.000 Tulpen an, inspiriert von Johannes Vermeers Gemälde, Herrin und Magd. Der Nationale Tulpentag in den Niederlanden findet einmal im Jahr, am 3. Samstag im Januar, statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017